so das sind wir auch schon wieder was bei der festung rausgehen ja was kann man machen in dem freien spiel aber stimmt umso schneller da die leute findet umso weniger sieht man von dem video ja das finde ich schade ich würde das hier gerne mal komplett für den klochen lassen schade 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 Hm. Okay, dann machen wir weg. Ich hab Frostgranaten jetzt mit... Na, Frost hab ich eh. Ich hab Frost dabei. Ne, ich hab Schwenkgranaten. Ich hab mich verkehlt. Scheiße. Ich hab ja nicht meine Frostgranaten genommen. Ich hab mich verkehlt. Der scheiß Turm da oben. Bist du denn nicht die anderen zwei Nasen? Hm. Hallo? Da oben ist so. Oh. Ja, auf so'n Pilz oder was das ist. So'n Bewachsenen. So, da hat er mal weg. So, war eins erledigt. So, da war's. So, da war's. So, da war's. Fertig. Das Dominion wird dich nachheben. Du musst das Gebiet sichern. Ha ha, zieh mal an! Zieh enten weg! gut gemacht die falsche granate ausgerüstet ja ist ja egal ich habe auch keine shock eis ding drin schock eis geht sowieso nicht ich will nur eis oder halt naja eis schock eis ne sprenggranate hatte ich drin s s s s s s s Oh. Oh. Da sind gerade welche gespunnt. Der hat ja einen tollen Rucksack gehabt. Was? Teile sammeln? Cool. Oh. 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 Das war's für heute. Was machst du da? Was ist das denn? Geerntete Materialien. Cool. Seltenes Ember. Was? Missionsgebiet? Hä? Das ist Missionsgebiet zu Ende. Das ist eine Demo. Ach so. Ich dachte wir können hier frei rumfliegen. Fast. Jetzt wirst du auch noch begrenzt wegen der Demo. Hätte ich das gewusst wäre ich nicht da reingerannt. Hä? Hier vorne sind angeblich jede Menge Gegner. Oh. Was? 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 Ja, dann fliegen wir mal da hinten lang. Oh. Ich habe das Missionsgebiet schon wieder verlassen. Ich habe das Missionsgebiet verlassen. Ich habe mir den Wasserfall hinten angucken wollen. Wasserfall? Achso, fertig. Ja. Haben wir hier eine Map? Oh ja. Kann ich hier einen Wegpunkt setzen? Nee. Also wir müssen Richtung Süßgebiet Osten. Ja, da liegt noch was Grünes. Na, guck mal einer an. Da hinten muss die Höhle sein. Nein, nein, nein. Höhle legt er erst einmal. Zieht ja die anderen aneinander her, ja. Nein. Wenn ich eine Mission wäre, ja. Und da der so offene Welt ist, nein. mal geht." Tschö! 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 Was... guild am Ende? Ich bin einfach weitergegangen. Unscheinend war ich am Ende, irgendwo. Heeeee! Häy? Hier wird noch Gegner und sowas. In dieser Hülle war ich irgendwie noch nicht. So, jetzt nehmen wir Informationen. Ok. Ich auch nicht. So als Hauptinformation. Ok, der Typ, der quasi geleitet hat, den Server, bei dem wir mit eingestiegen sind, der hat das Spiel verlassen. Weil die Expedition ist abgeschlossen, das steht da gerade da. Bei mir zumindest. Und es lädt. Ja, bei mir hat es zu Ende geladen. Und bei mir auch. Und es sind keine Figuren. Oh ja doch, jetzt geht es erstmal weiter. Achso, beide sind raus anscheinend. Keine Ahnung. War mich besser nicht. Objekt freigeschaltet. Schön. Kann ich zumindest noch immer an den Granat Tischen. Ach wo, ich glaube, ich mach Feierabend. Jo. Ja, ich mach Feierabend. Die Idee war sowieso jetzt für mich vorbei. Ich würde nur noch bis 3 Uhr heute Nacht zugegangen sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, machen wir halt Feierabend, gell? Würde ich mal so sagen. Ja, wir machen Feierabend. Wir können ja noch mal reingucken, was wir jetzt gekriegt haben. Und dann... Würde ich sagen an dieser Stelle, ja. Das würde ich sagen, würde ich sagen, dass ich sagen würde, dass das die Ende der Demos ist. So, wir gehen noch mal rein in die Wappenkamera. Was wir denn noch alles haben? Das verzieht jede Menge, das Ding. Todesauge. 5% Munitionsfunktion. Das ist schon Pfund. Schauen wir mal. Okay. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Da. Das sind die Wappenkamera. Die Wappenkamera. den Speer gegen die vielleicht mal austauschen. Ach, das war die... War das die mit dem... Explosionsding? Ich glaube schon, weil Munition bloß 5 ist. Ich glaube, das war die, wo er explodiert dann am Ende immer. Egal, das nochmal. So, Granate. Frostgranate, ja, wir haben die hier noch drin, genau. Nehmen wir die Frostgranate. Das ist auch neu, dann brauchen wir gar nicht groß überlegen. Rüstungsverstärkung. Rüstungsverstärkung. Ja, wir haben jetzt zweimal Schild drauf. Was ist das hier? Okay, nur für die Abschüssdingen. Ja. Rüstungsverstärkung. Kommen wir mal Rüstungsverstärkung rein. So. Komponenten. Okay. Gut. Würde ich sagen an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja. Jetzt müssen wir halt noch warten bis zum 22. Februar beziehungsweise jetzt noch am Wochenende. Also wenn ich die erste Folge hochgeladen habe, das ist ja dann die letzte, die wird auch noch diese Woche kommen. Und dann geht es weiter an der Open Beta. Oder ne, da kannst du noch mal am Wochenende spielen. Jetzt am Wochenende. Und ja, vielleicht sehen wir uns da online. Bis dahin. Ciao, ciao. Ansonsten sehen wir uns halt im Hauptspiel. Ciao.